Hi Leute, zu einem neuen Video, ja, ganz anders, ganz anders, ganz anders, ganz anders, wow, da ist meine Katze, nein, ja, jetzt, jetzt könnt ihr sie mal von oben besichtigen, ja, ich liege gerade, guck, ich liege, liege, und ja, da ist die Katze, die ist an, die ist an, damit ich mich jetzt nicht eins, ich habe was bei so gekriegt, also, ja, ja, es war also voll fest, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie dieses fest heißt, auf jeden Fall habe ich da diesen Beutel gekriegt, also, das konnte ich mir selber aussuchen, was ich da drauf mache, das zeige ich euch aber erst später, weil ich es echt schön finde, es gehört nicht zu meinen Preisen, also, ja, ja, jetzt seht ihr ja schon ein bisschen, wartet, ich hole den ersten Sack, also, so sieht es aus, und jetzt zeig, jetzt hole ich eins raus, ich lasse mich mal überraschen, ich gucke jetzt nicht hin, ich gehe mal tiefer, und habe was gegriffen, und es ist der Kugli, der Kugelschreiber, ich habe noch gar nicht ausprobiert, ob der Schatz wartet, er funktioniert, ein Mann freiwillig, Gott, er schreibt Lila, wieso schreibt er Lila? Ja, ist egal, Ja, ich weiß nicht, ob es weiter, jetzt kommen wir zum nächsten, jetzt ruck ich auch wieder ein bisschen, ich reife jetzt auch zu, und dann nehme ich mir mal das, was ich jetzt habe, was ist das? Oh, ja, nicht, das ist Mamas Schlüssel, ich liess Mamas Schlüssel, ist egal, jetzt habe ich Mamas Schlüssel gekriegt, den wollte ich aber gar nicht reifen, sorry, die Kausch hat irgendwie geknirscht, also, ja, das ist die, sowas Schwarz ist, natürlich ist es nicht schwarz hier, ja, mein Kugel ist schabbar, ja, so lecker, duftig, duftet die weite Welt, das ist so ein Magnet, ja, eigentlich finde ich den ist eigentlich ganz süß, für meine Eltern, habe ich noch gar nicht gezeigt, kommen wir zum nächsten, das ist so ein Flummi, also, ich habe vergessen, den durfte man sich mitnehmen, das ist auch einfach so, jetzt kommen wir zu einem, das ich gewonnen habe, beim Dosenwerfen, das ist der hier, beim Dosenwerfen war ich, eins, da war ich zwei, dreimal, jetzt habe ich einmal diesen Flummi, den wir jetzt hier auspacken, so, bis gleich, ich habe es ausgepackt, übel, scheiße, guck mal, meine Katze, hat sich, schon, bereitgestellt, okay, geholt, okay, geholt, was ist das, ja, es springt gut, aber ist jetzt nicht der allerbeste Flummi, im Brenn, ja, ja, warte, ja, das und das, und der Flummi, zum nächsten, und hab, was aus Papi, ach so, das, da habe ich diesmal, das sieht, gegriffen, Jugendweihe, Information, 2017, da bin ich aber erst 10, das ist etwas doof, und Freizeit, das ist eigentlich sehr, sehr niedlich, ja, habe ich da mitgenommen, ja, das habe ich auf einmal, ohne Grund mitgenommen, weil ich es schön, weil ich es niedlich fand, und, ja, kommen wir zum nächsten, das ist eine CD, die habe ich bei so einem Rennen, äh, bekommen, mit beiden Rosenwerfen, und bei so einem Rennen, Hörspiel zum Kinofilm, dann ist es niedlich, voll niedlich, die will ein Kerle, Kerle 2, ah, nicht süß, ja, ist süß, dann leuchtestopp, der leuchtet schon, da, ja, okay, 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 Aber wenn ich erst zum Job komme, dann hast du keinen Job. Okay. Entschuldigung. Ganz ehrlich, die Geschichte ist voll. Sehr gerne. Danke. Es ist eine Blödsinn, nicht zuzugeben, dass du immer wieder bist. Ist schon gut. Jetzt hat man es ein bisschen gesehen. Jetzt. Ja, wir sehen uns beim zweiten Teil.